Das erste, was einem am BMW XX auffällt, ist seine Präsenz. Er ist nicht nur groß, er ist imposant. BMW nennt das Design Chi-Tec, aber schüchtern ist an diesem massiven, fast schon Comic-artigen Kühlergrill rein gar nichts. Ob man ihn liebt oder hasst, der Kühlergrill ist ein Statement. Es ist, als würde BMW sagen, wir haben keine Angst, anders zu sein. Und anders ist er. Die Linien des IX sind geschmeidig, fast schon fließend. Er ist aerodynamisch. Ja, aber er ist auch wunderschön. Die schmalen LED-Scheinwerfer tragen zum futuristischen Look bei. Sie schneiden durch die Nacht wie das Skalpell eines Chirurgen. Die bündigen Türgriffe und das Fehlen unnötiger Falten verleihen dem IIX eine kline, fast schon minimalistische Ästhetik. Dieses Auto sieht aus, als würde es im Stand 100 kmh fahren. Steigen Sie ein in den IIX und Sie werden von einem Innenraum begrüßt, der sowohl luxuriös als auch minimalistisch ist. Das Erste, was Ihnen auffallen wird, ist das Fehlen von Knöpfen. Beinahe alles wird über das massive, geschwungene Display gesteuert, das sich über das gesamte Armaturenbrett erstreckt. Es ist intuitiv, reaktionsschnell und ehrlich gesagt ein bisschen blendend. Die verwendeten Materialien sind durchweg hochwertig. Nachhaltige Holzelemente, Soft-Touch-Kunststoffe und üppiges Leder schaffen ein Ambiente von dezenter Opulenz. Die Sitze sind unglaublich bequem und bieten sowohl Halt als auch Verstellbarkeit. Sowohl für die vorderen als auch für die hinteren Passagiere ist reichlich Platz vorhanden, was den IIX zu einer ausgezeichneten Wahl für Familien macht, die viel unterwegs sind. In diesem Auto könnte man problemlos Stunden verbringen, egal ob man durch die Stadt kurvt oder über die Autobahn gleitet. Beim BMW X geht es nicht nur um Aussehen und Luxus. Er ist auch ein absolutes Biest, wenn es um Leistung geht. Die beiden Elektromotoren liefern eine kombinierte Leistung, die sie in den Sitz drücken wird. Dieser SUV beschleunigt in einer Zeit von 0 auf 100 kmh, die so manchen Sportwagen vor Neid erblassen lassen würde. Aber es geht nicht nur um rohe Kraft, der IIX bietet auch eine beeindruckende Reichweite. Dank seines großen Akkus können sie mit einer einzigen Ladung eine beachtliche Strecke zurücklegen. Das bedeutet weniger Stopps an Ladestationen und mehr Zeit, um die Straße zu genießen. Für ein Fahrzeug seiner Größe fährt sich der IIX auch außergewöhnlich gut. Die Lenkung ist präzise und das Fahrwerk schluckt Bodenwellen und Unebenheiten hervorragend. Abschnitt 4 Ein Co-Pilot wie kein anderer. Der BMW i9X ist vollgepackt mit modernster Technologie, aber es sind die fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme, die wirklich beeindrucken. Der X-Sert verfügt über eine umfassende Palette an Sicherheitsfunktionen, die Sie und Ihre Mitfahrer schützen sollen. Der Abstandsregeltempomat mit Spurhalteassistent macht lange Fahrten zum Kinderspiel. Er ist erstaunlich gut darin, einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten und den IX in der Spur zu halten. Der tote Winkelassistent und der Querverkehrswarner im Heck fungieren wie ein zusätzliches Augenpaar auf der Straße und warnen Sie vor potenziellen Gefahren. Und sollte es doch einmal zum Ernstfall kommen, kann die automatische Notbremsfunktion des iX helfen, einen Unfall zu verhindern oder abzumildern. Abschnitt 5 Der neue Maßstab für Elektro-SUVs Der BMW X ist mehr als nur ein Elektro-SUV. Er ist ein Statement. Ein Statement für die Zukunft der Mobilität. Eine Zukunft, in der Luxus und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Es ist ein Auto, das dafür gemacht ist, Aufsehen zu erregen und Neid zu wecken. Aber es ist auch ein Auto, das für die reale Welt gebaut ist, mit einem geräumigen und komfortablen Innenraum, einer beeindruckenden Reichweite und einer umfassenden Palette an Sicherheitsfunktionen. Es ist ein Auto, das beweist, dass Elektrofahrzeuge sowohl begehrenswert als auch praktisch sein können. Der BMW iX ist ein Blick in die Zukunft des Automobils. Und diese Zukunft sieht sehr rosig aus. Der BMW iX ist ein Auto, das für die Welt gebaut ist.